So, die ich noch tot machen hier. Oh, shit. So, keiner geht an die Glocke. So, sehr schön. Na, wenns haben wir das geschafft, ohne Alarm auszulösen. Eigentlich wollte ich die Glocke manipulieren. Ah, alles klar. So. Das Problem schon mal geschafft. Jetzt werde ich euch Typen noch auslösen. Ich erhoffne, dass ich noch ein paar Pfeile bekomme. Kugeln, sehr schön. Na, ich hatte schon Pfeile. Edition plünder und auf jeden Fall brauchst Pistolenkugeln. Ah, endlich. So viel Zeit muss sein. Ich hoffe mal, ich finde mein Boot dann noch wieder, weil die sind schon weitergefahren ohne mich. Ah, ich brauche trinken. Ein paar Kanonenkugeln hier. Also, ne, Kanonen, Pistolenkugeln, natürlich. So, aber ich habe leider immer noch keine. Leider. Weiß nicht, hier noch einer vielleicht. Oh, shit. Oh, fuck. Fuck, das Schiff, das, das will weg. Oh nein, das, das, das wird nichts mehr, oder? Boah, ey, wenn ich das noch schaffe, naja, das schaffe ich nicht mehr. Ne, habe ich mir doch zu lange Zeit gelassen. Ich dachte, ich hätte Zeit. Aber naja. Gut, ich habe jetzt vier Kanonen, äh, hier Pistolenkugeln. Ich weiß nicht, warum ich immer Kanonenkugeln sage. Oh, verfolgen, wo das beschissene Boot jetzt halt war. Oh, fuck hier, ey. Die ganze Steuerung hier nervt. Entweder ist er zu langsam, läuft zu langsam. Oder der hängt sich an jeder Kacke fest. Ja, verdammt nochmal, du sollst das scheiß Ruder nehmen jetzt hier. Kann nicht so schwer sein, ey. Mal ganz im Ernst. So, ja, toll. Hoffentlich bleibt dieser Fluss so breit und tief. Ja, das hoffe ich auch. Bin ich überhaupt hier? Darf ich das mal kurz gucken? Okay, das scheint so eine eigene Map zu sein. Auf jeden Fall kann ich hier nicht zoomen nach außen. Okay, und wenn ich mir so die Karte angucke hier, dann sehe ich, dass der Fluss gleich zu Ende ist, wie es aussieht. Das ist natürlich super. Oh mein Gott. Oh Mann. Wie komme ich hier durch jetzt? Wow. Hier komme ich dann nie wieder raus, oder? Ah, okay, dort hinten. Oh Mann, ey. Das sieht echt komisch aus. Also auf der Karte hier kann ich das überhaupt nicht nachvollziehen, wo hier Wasser und wo Lande ist. Mal ganz im Ernst. Also, wie? Weiß ich nicht. Darf ich hier lang? Oh shit. Na, kommt durch, ja. Ich weiß nicht, was die optionalen Ziele hier sind. Auf jeden Fall. Vermute ich mal langsamer hier. Sollen sie es ja nicht sehen. Mann, dieser scheiß Wind hier. Treibt mich hier in die Bäume rein. Was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt hier laufen, oder was? Das Ding fährt doch überhaupt nicht. Ich hasse diesen Wind. Toll, ich komme gar nicht mehr voran jetzt hier, oder? Weiß ich nicht. Ah, toll. Das hättet ihr mir ja mal eher sagen können. So, naja, gut. Dann bringt uns das jetzt auch nichts mehr. Dann müssen wir jetzt den Fuß weiter hier. Warum nicht? So. Unser beschissenes Schiff hier schon nie weiterkommt. So, Schlafffeile gegen Krokodile einsetzen. Ach, du Kacke. Wo ist der Krokodil? Oh shit. Da ist eins. Da ist eins. Fuck. Was macht das? Was ist mit dem Krokodil? Ah, okay. Alles klar, das schwimmt über mir. So, das war auch ein bisschen komisch hier. So, jetzt wird's scheiße, weil wir müssen jetzt... Wo ist das scheiß Boot? Ah, da hinten, okay. So. Sollen wir so einen Schlafffeil gegen Krokodile einsetzen hier? Warum nicht? So, zack. Jetzt Krokodil ist noch gehäutet hier. Na, komm. Heuten. Geil. Ein schlafendes Krokodil heute. Warum nicht? So, jetzt sollte ich wahrscheinlich schnell wieder raus hier, weil dann kommt das nächste Krokodil hier. Oh man, ey. Geh mir nicht auf den Sack hier. Ich bin schon wieder zu weit weg, oder? Oh man, ey. Da hat man keine Zeit mal irgendwie zu gucken. Oh shit. Nein. Oh, ich hatte zum Glück gerade einen Checkpoint. Oh man, ey. Man, was soll das hier? Ich hab gar keine Zeit. Ich mein, ich hab ein Krokodil gehäutet. Ist ja schon mal schön gut. Oh man, ich muss es nochmal häuten. Oh fuck you. Nochmal häuten. Sehr schön. Ein schlafendes Krokodil häuten. Irgendwie schlecht. So, aber diesmal hab ich, glaub ich, bessere Karten, weil das Schiff noch direkt vor mir ist hier. Ah, ich kann mir ein Pistolenholster bauen. Das find ich gut. Ah, da unten sind sie. Okay, alles klar. Wo muss ich jetzt hin? Hier. Oh man, die sind schneller als ich klettern kann. Oh man, ich weiß es nicht. Das Ruderboot verfolgen. Oh, sehen die mich? Ne, ne? Oh shit. Ja, leck mich da im Arsch, ja mal ganz im Ernst. Und gesehen haben die mich auch noch. Ah, so ein fuck ey, mal ganz im Ernst. Das ist eine ziemliche Scheiß-Missionchen wieder. Oh man. Ah, ist irgendwie immer so. Siehst ein Krokodil im Wasser, super. Ja, jetzt darf ich die Scheiße nochmal machen. Ne, man, leck mich da im Arsch. So, ich kann jetzt hier vorbei. Mir egal. Kroko. Ich hab gar nicht so viele Schlafpfeile, die ich jetzt einsetze. Oh man. So, jetzt mal ein bisschen schneller, bitte. Naja. Ja, was soll ich dazu nur sagen? Also, ich hoffe mal, ich schaff das jetzt so halbwegs unfallfrei noch hier. Sei bloß dankbar, dass dein Schiff vor Anker liegt und sich keinen Weg mitten nach Charlestown hineinwarnt. Oh fuck, jetzt können die mich wohl noch sehen hier, oder was? Am Ende wird man sie alle kriegen. Und zwar jeden Einzelnen. So, dann gucken wir mal, ob ich hier hinten langkomme. So, ich werde mal hier drüben langlaufen. Da hoffen, dass ich die zwei Typen hier hinten tot bekomme. So, der ist schon mal weg. So, und du bist auch weg. Arschlecken jetzt hier. Mir reicht's. So. Was macht der Typ heute mal? Ganz im Ernst, ey. So, hier oben. Kletter. Oh man, die Steuerung ist immer noch. Genauso wie früher, wie gesagt. Das sehen die mich. Unmöglich, ey. Jetzt bin ich wieder zu schnell. Vorher war ich zu langsam. Naja. So, die nächsten Typen hier. So, klettert am besten gleich mal hier hoch. Genau. Kann ich wenigstens zwei von drei Leuten tot machen hier. Oh, ja, alle drei sogar. Sehr schön. So, zack. Oh, shit. Schnell weg. Ah, da hab ich eh nie gesehen. Ich weiß auch nie, was mit denen manchmal los ist hier. Naja. So, gehen wir wieder rein hier. Ich glaube, hier hoch müssen wir. So, das ist die Krokodile. Da sind... Okay. Alles klar. Warum sind hier so viele Leute? Okay, die sind stehen geblieben. Gott sei Dank. Wow. Da wird erstmal einer vom Krokodil gefressen. Super. Da unten war er. Ich sagte doch, da war was. Habe ich es nicht gesagt? So, du bist auch noch weg. Und vorbei ist es. Ja, Krokodile fetzt du schon. Wenigstens mal... Endlich mal ein Gegner, der auch gegen oder mit mir zusammenarbeitet hier. So. So. Mal merken hier. So, wie viele Typen sind das hier? Oh, shit. Entdeckt. Ah, das wollte ich eigentlich nicht. Was habe ich jetzt? Community-Bonus oder was? Irgendwas hat ich gerade gemacht. Muss ich dann nochmal gucken. Ah, fuck. Jetzt muss ich die Scheiße nochmal machen hier. Ah, fuck. Da war ja was. Also, ich stelle mich heute wieder ziemlich dämlich an, stelle ich gerade fest. Aber das ist eigentlich bei fast jeder Schleichmission hier. Ich warte jetzt wieder. Jetzt wird eine ja gleich wieder vom Krokodil gefressen. Gott sei Dank. Alle markieren hier vorher. So, jetzt kommt bitteschön das Krokodil. Ah, sehr schön. Oh, mein Gott. Es hat ihn. Es hat ihn. Ich sag's doch. Bruder. So, du weg. Bruder. Du weg. Sehr schön. Na, das klappt ja wie am Schnürchen jetzt. So, jetzt muss ich bloß dafür sorgen, dass ich wieder nicht entdeckt werde. Ich glaube, ich war noch nicht vorhin wieder zu schnell gewesen. Ich weiß nicht, ob er den Typen einfach vorbeirennen sollte. Oder Berserker-Pfeil. Da, ich mach mal Berserker-Pfeil. So, ich hab mal, das klappt jetzt so hier. Das wenigstens mal ein paar Leute vor sich hier. Oh, fuck. Unterhaltung belauschen. Warum? Komm, töte mal ein paar hier. Also eben töte jetzt auf jeden Fall. So, ich auch noch. Und ich denke mal, die restlichen zwei müsste ich dann so tot kriegen. Hoffe ich zumindest. Wow, der haut die wirklich um. So. Bla, bla, bla. Oh, shit. Das war knapp. So. Oh, Mann. Ich hoffe, es kommt kein Krokodil jetzt hier. Mann, 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 Mann. Leck mich da um Arsch. Wie darfst soll ich das hier noch machen? Ich glaube, das geht leider wieder schief hier. So, Dorfschütz endlich. Haben aber noch keine Geisel verletzt oder getötet. Ach, ich hasse solche Missionen mal ganz im Ernst. Aufzugeben? Ich bin für das Schicksal dieser Stadt verantwortlich. Und ich beuge mich nicht den Forderungen eines Piraten. Egal wie grausam seinen Ruf auf der Mann hat. Ich weiß nicht, wer hier läutet. Solange ich den Lagerschlüssel habe, passt niemand diese Medizin an. Und denn Fest und Cholera, sie alle dahin ratten. Ja, das ist wieder... Ihr Schiff ist hier! Piraten! Ah, ich will gerade sagen. Zurück zum Haus! Die lange ganze Zeit läutet das. Die tun Seelen ruhig, während die hier... Käpt'n eliminieren. Was machen wir jetzt? So, ihr könnt mich mal alle... So, hier oben lang. Perfekt. Was will man mehr? Käpt'n töten. Naja, wenn es weiter nichts ist. Papala Papier. So, hier durch. Komm bitte schneller. Ich glaube, das ist gescriptet alles hier, oder? Schönst wäre es der Torchrange jetzt gleich. Oh mein Gott, was ist hier los? Naja, hier oben lang. Alles kein Problem. Aber ich glaube, das ist gescriptet alles hier. Also, kann mir nicht vorstellen. Oh mein Gott. Okay, ich hätte vielleicht eher da lang sollen. Oh mein Gott. Was ist hier los, ey? Wie viele Leute kommen hier noch? Das ist schon ganz schön übertrieben hier. So, vorbei hier. Komm. Ah, fuck. Wie hat er mich getroffen? Der war drei Meter neben mir hier. Ah, er kennt mich mal. So, hier oben lang. Oh mein Gott. Was ist jetzt? Ah, scheiße. Jetzt ist der Typ abgehauen, oder was? Da rennen seine eigenen Leute um. Oh Mann, ey. Então, das ist der Typ abgehauen. Okay. Ja.